Hallo Leute, und herzlich willkommen zu Caster Quechers! Lukas virückt schon wieder, auf Start, von daher... igator ist immer so schnell. Bapapapapa, papapapa, papapapa Du kämpfen jetzt wieder gegen Miezi! Du bist immer so schnell. Lass du mich schnell! Ich bin immer schnell, Nico, ja? Also, da musst du eben verdammt kreativ sein, um da was rein zu Entreportieren. Oder verdammt pervers! Bleiben wir bei Verwehr! Nein, ich bin runter gefallen! Man kann hier runter springen. Jaa, jaa. was glaubst du wie Daniel das letzte Mal gestorben ist? die letzten 5 Male die wurde nicht gewehrt das letzte Mal ich war nervös ich war nervös oh mein Gott mit was kriegen die die ganze Ritter an Bord wenn die jedes Mal sterben das ist Geld Guck dir Danny an Geld Bani ist auch so ne Ritterhore ich bin tot die werfen einfach Bomben auf meinen Kopf die werfen einfach Bomben auf meinen Kopf die sollte das überleben weißt du die Frau sitzt da einfach diese völlig inkompetent ich glaub wenn der lasert sollte man und? Moment draufschießen, draufschießen Magie Wann lasert der denn? er lasert es aber man kann ihn unterbrechen wenn man draufschieß ich schieß einfach immer mit dem Boden weiter drauf ok ich schieß die ganze Zeit Magie irgendwann hast du keinen Mala mehr Bogen ist besser du hast irgendwann keinen Mala mehr ja Mala lässt sich schnell wieder auf ich kämpf gegen die Tieter ich schieß drauf ich mach 3 Schaden er macht immer 30 Schaden wenn er Magie macht ich mach auch 3 ich spamm jetzt Bogen wo Spammer glaub ich mach keinen Schaden ja der Bogen ist natürlich längst nicht so krass bei mir wie die Magie den Bogen musstest auch mit Agility skilln Alter mach ich 50 Schaden ne 30 er ist weg er ist tot er ist tot ich hab den Taub gekriegt easy scheiße ja genau Oua ich bin nach Mödes glaub ich O Meins ich bin auch was oh gib mir eine Sache oh mann Lukas ich hab zwei gegessen du erzählst was von gib eine Sache Lukas hat einfach zwei gegessen ja ich war immer noch nicht nach zwei ich hab auch kein gegessen guck mich doch mal an wie du jetzt ausschließt ja ja immer auf der Seite zu tun dann ich bin auch nicht zu tun guck dich doch mal an stimmt es geht nämlich nicht ums Aussehen oh gell all about the money 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 es geht nicht ums Aussehen oh Geld ahhh all about the money 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 ja kannst du aber ich möchte nicht ich bin fast tot ey das ist so behindert rechts der zeigt da was und heute bin ich denn mit dem wenigsten Geld oh da drüben oh da ist Geld oh ich hab mal nen Wagenheber oh das rennt das Geld das Geld das Geld boah das ist eine Lothuche der hat immer noch einfach das danke Leute ich hab nicht einen Sack bekommen ohne Scheiß ne ich hab auch nur einen bekommen ich hab nicht mal einen bekommen hab ich gesagt das liegt nur daran dass Dany 5 genommen hat ja Dany das nächste Mal teilen wir auf ja Dany das nächste Mal beledigt dich nicht wieder ja ich auch nicht ich hab kein Essen bekommen wir bringen dir sowieso nichts in den Fall von daher Scheiß drauf hey ich bin immer wieder der nächste Mal ja weil du immer am längsten wegrennst und dann zählt oh noch nen Sack da hat mein Sack geklaut ja Dany das Dany das glaub mir doch mal Essen ich bin Toast ich brauch Essen ich hab auch kein Essen bekommen da 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 danke danke das war sozial das war nett du brauchst es ja auch nicht ich bin der Fettsack der der 10.000 Kalorien am Tag essen muss weil er sonst immer auch Hurt hat E.A. T.O. Und du musst wissen wie sehr Dany fokussiert ist auf Säcke Das Projekt macht mich fertig, dafür mach ich da nicht fertig. Ich will Geld, gib mir Geld, ich bin jung, ich brauch es. Ich bin jung und brauch das Geld. Ich bin jung und willig und brauch das Geld. Der Rest könnt ihr euch zusammen reiben. Nur weil ihr hässlich seid, da ist noch einer. Zwei. Der Held, ja wir gehen nach rechts. Lass mich vor, wenn dein Held liegt. Schnauze. Voll dramatisch, Junge. Ich brenne. Weiter nach rechts. Dann nicht springen. Lass mal zwei zurück, dann krieg die nicht die ganzen Säcke. Wir teilen uns hier vorne schön auf. Ja. Ihr seid solche Säcke seid ihr. Hässliche Säcke. Nein, dass wir hätten einschlagen. Oh man, jetzt hat sie wieder aufgeholt. Ihr seid so gemein. Nein, wir sind nicht gemein. Doch. Selbst wenn ich jetzt alle Säcke nehmen würde, die da liegen würde, hätte ich immer noch nicht so gefangen. Ich will die Bild. 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 Ich will den Sportteil. Er will die Bild. Ich weiß ja den Sportteil. Ich will den Sportteil. Hallo? Ich will das Geld. Der Sportteil, selbst der Sportteil von der Bild ist nicht so. Generell ist der Sportteil eigentlich gar nicht so geil, außer ich stehe mal wieder da drin. Ja, ja komm, Angeber. Komm. Brandet ihr jemals in einer Zeitung? Ja. Ja. Und öfter. Natürlich. Lokalzeitung? Lokalzeitung? Was? Ja. Du bist der einzige Mensch, der dich kennt, dessen Namen man googeln kann und nicht nur irgendwelche hässlichen Bilder aus Dubai kommen. Mein Name kannst du auch googeln, Nico. Ja, hab ich aber nicht. Ja, das Ding ist, bei mir kommen auf den ersten Seiten nur Ergebnisse von den Rennen. Bei mir auch. Eben. Nur Ergebnisse. Wuh. Mein Name. Auf den ersten fünf Seiten oder so kommen nur Rennergebnisse. Ja. Aber es ist besser als vieles andere, ne? Was hast du denn, Daniel? Ich weiß nicht, du hast wieder zu übernehmen. Du musst W drücken. Du hast noch nie jemanden wiederbelebt. Natürlich nicht. Was glaubst du denn? Die kennt doch nur Welt. Jetzt musste Daniel aber, weil sie den Geldsack gesehen hat, der neben mir lag, weißt du? Und dann macht sie sich so, oh verdammt. Wir sind jetzt wieder. Ich muss den schnell wiederbelebt. Geld oder Yoshi? Geld oder Yoshi? Dann nimmt sie sich das Geld und geht. Ich brauch das Essen. Ja. Ich weiß. Ihr seid euch arschlechter. Brauchst du ihn hier? Flash. Ach ja. Best in Geld Jokes. Oh, Geld? Ah, der braucht das Essen. Das, das, das war jetzt aber zu viel. Du bist voll geil. Danny, wenn du mal vorrenzt, in der Welt auf die Schnecken, dann kannst du nicht erwarten, dass wir dir Essen überlassen. Das ist einfach zu weit hinten. Ich darf nicht. Alter, Yoshi, du bist schon Level 11? Hab ich gar nicht mitbekommen. Das ist schön auch mit dir, Sheet. Ich bin nur Level 9. Du weißt doch, ich hab Bild-in-Bild-Funktion. Mein Essen! Oh mein, gutes Essen! Ah, der nächste Tisch, wenn du mit der Glocken kriegst, Daniel. Okay, Yoshi, dann wird einfach die ganze Zeit in irgendeinem Farm-Level, Das hast du noch mal getreten, oder? methi, jetzt gib mir bitte Essen! Wo Okay! tatsächlich, Daniel, du bist ja nicht … Woowowowowowowowupp! Das ist ja ein Moltis! Ihr braucht es gar nicht! Ich braue das! Und wir haben gar kein Essen da! Da war eben Essen, dass ich gracious oder so bin, von euch geknallt! Ja, das hab ich gegessen, weil ich genauso laucher war. Ja komm! Aber jetzt bist du nicht Männer! Ja genau. Jetzt bin ich noch die Männer. Wie kann ich denn jetzt das Essen Neue essen? Wie kann es sein, dass du dir Sachen nimmst, obwohl ich viel besser bin als du? Woh Oder ich der vollwertigere Mensch bin! Wie kann es nur sein? Obwohl Dany mehr Geld hat, was du davor als Essen willst. Ja, genau. Sieht doch viel mehr Geld investiert! Ich will bitte essen! Was auch immer das jetzt war? Na sicher, Nico! Mit dem Laserschwert, du Affe! Ne, Dany Elf ist das, glaub ich, ne? Dany, sie kann damit nicht umgehen! Die kann das nicht! Sie kennt das doch nicht bei Star Wars! Alter, wir haben mit dem Captain interrupted! S-T-A-R-Boss! Star Wars! Hey, wenn der, dann springt der da ran! Ja, genau! Gibt's mir halt, oder? Hallo, kann ich mal hier runterlaufen? Danke! Kann der hier, springt der hier rein in den Lavagraben? Ich glaube! Ich glaubst doch selber nicht, dass der einfach in den Lavagraben springt. Lass das mal ausprobieren! Ich glaub jetzt einfach fahren, Alter! Da! Oh, da bin ich! Aua, der wird die ganze Zeit ab! Dany, ich bin tot! Dany, ich bin tot! Dany ist am Boden, Leute! Was sollt ihr tun? Ich weiß es nicht! Dann lass dich erst mal liegen! Dany, ich bin tot! Dany, du brauchst jetzt nicht mehr zum Essen, weil du bist full live! Ich bin tot! Belehnt mich irgendjemand, der das kann! Der mich full live wieder belehnt! Ich, 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 ich! Ah, ich bin in falsche Richtung! Essen! Ich hab's versucht! Sabi! Ich versuch ihn wegzukalten! Dann versuchen wir alles! Ja, ich hab's! Mehr gegen mich! Das ist nicht schlimm! Aua! Fester! Alter, dieser, dieser, äh, Mundo, oder? Wollen wir vielleicht mal versuchen, den zu fallen? Nein! Dieser Mundo ist mega erneueng! Ich, ich, ich hasse es gegen Mundo zu spielen! Der ist Mundo! Insider! Ich, ich mach nur noch einen Schaden! Das aber nicht! Magie! Magie, Lukas! Nimm den NDR! Ich mache ihn so hoch! Aber Magie trägt sich denn gar nicht! It's a kind of magic! It's a kind of magic! It's a kind of magic! Magie! Magic! Magie! Tiefen Stimmen! Tiefen Stimmen! Pow 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 pow! Geh bitte zu mich! Geh bitte zu mich! Na, na, na! Oh Gott! Ihr könnt auch trên, ne, ich bin tot! Ah, hier drüben! Oh, hier rüber! 22 immer weil wenn drei der rente immer dahin wo die mehr wo mehr leute sind nein aber dann können wir wenigstens der grenz kriegt schaden sobald er seinen angriff daneben gesetzt hat dann kannst du eigentlich sprichstum bekommen mache ich okay ouch ouch der war gut der war so wirklich scheiße und dann die besonderheit die mal weg ich stehe an der wand und schießt die präzessen hat geld gezeigt oder ich meine präzessen hatte gerade geld ich wünschte ich wünsche dein portemonnaie wäre so breit Ich bin tot! Danny am Boden! Warte, der ist gleich tot, die lassen wir jetzt mal! Danny am Boden! Wir lassen Danny jetzt am Boden! Ich muss wieder bleibt werden, darf ich doch noch nicht! Danny am Boden! Ja, Moment! Hilfe! Ja genau! Wir haben ihn da reinbekommen! Welche gute Idee! Danni, das ist auch noch gesetzlich! Danny am Boden! Das wäre fair, das wäre nur fair! Hey Danny! Das ist so unfair! War doch geil jetzt gemacht! Ja komm, das ist unfair! Das ist richtig unfair! Okay komm komm, jetzt lass mal was liegen, lass das liegen! Hallo, das ist richtig unfair! Wir sind jetzt alle gleich auf! Nein, ich hab doch gar nichts! ToAn― Ist ein Idiot! Sorry Wer hat das jetzt eigentlich vermittelt, das taubend ist gekommen! Oh, ich Dennle zum Stuhl! Hm- Oh, der fällt wieder! Alles okay, ach ja schon. Ja, ich hab keine Chance. Ich bin einfach überhaupt nicht, Janti. Ich hab jetzt schon keine Chance. Alter, was ist denn da? Wer schießt da? Wer bekämpft? Wer bekämpft? Dani, du greifst mich gerade an, ne? Ja, ich bin schon tot. Ja, wir bekämpfen uns gegenseitig, wer die Olle kriegt, ey. Ja, wenn... Aber dabei hab ich nie die Chance. Ach so, bekämpft gegenseitig? Ja, das verletzt mich auch. Ja, das verletzt mich auch. Ja, das verletzt mich auch. Das hätte ich gern gewusst. Weil Dani einfach auf mich eingebrüht und hab gedacht, wo ist der Gegner? Ich wurde von Dani getötet. Ja, schieb! Ja, sicher, sie kriegt den. Ja! 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 Oh, ja. Ah! Ah! Du musst Geld, du musst Geld rein, das ausheben. Nein, guck mal, ich hab das wenigste! Oh mein Gott, Dani! Oh mein Gott, du hast das wenigste Geld! Ja! Ja, diese Runde! Diese Runde, Mann! Wie lange geht die... Oh, warte mal, wir müssen... 13. Kipp die Punkte rein. Der Lukas ist voll Magie. Ah, ich mach ein bisschen mehr... mehr Damage. Ich muss auch Damage. Wenn ich die Magie los hab, dann mach ich einfach nur noch... Verteidigung. Dang! Gut, äh, wir haben jetzt... So, ein paar Minuten haben wir schon. Ich würd sagen... Wollen wir dann noch was machen, oder wollen wir dann... Okay. Ich geh davon aus, dass ich... Ich geh davon aus, dass ich... Wir müssen zum Shop, ja. Was ist denn die Idee? Nein, wir machen einfach so! Ist da nicht der Shop, da war es so ein Geh? War es so ein Grund... Oh Mann, wir müssen zum Shop, du bist so blöd! Wir waren doch direkt neben dem Shop, weil einer von euch A gedrückt hat! Das war Lukas! Lukas ist einfach so blöd, der zum blöden Aufgehen! Ne, Lukas hat nur... Lukas hat nur... Ich hab nur zurück zum Heimat-Schloss gemacht, mit X! Ja! Jetzt geh mal da! Geh nicht dahin! Ja, ja! Alles gut, alles gut! Jetzt hat er wieder irgendwer gedrückt, ich hab nix gemacht! Weil wir zum Schmied wollen! Ja, ist ja gut! Wir wollten doch zum Schmied! Was ist denn das jetzt? Ein Kompass? Wir haben alle irgendeinen Kompass gekriegt oder so! Meins! Oh! Ohne Scheiß! Keiner ist gebetet! Meins! Hä? Was haben denn jetzt? Ah! Unsere Waffen! Warte mal... Ja, ich bin in dieses Ding in diesen Reihen! Das Ding hätte ich gerne! Dann nimmst du... Bei Mobility weniger Damage... Nee... Aber ist das im Vergleich zur aktuellen Waffe oder ist das? Im Vergleich zur aktuellen... Dann geh mal weg dann... Nee, ist bei mir ja genauso, es wird ja immer das gleiche angezeigt! Geht's hier nicht... Doch, hier hinten wird's immer stärker... Da... Das ist nunmehr... Mobility... Ja... Ich find das eigentlich ganz cool! Zwar langsam, aber Damage! Geh mal bitte weg! Mal sehen, was das ist! Hm... Wie kann man das jetzt auswählen? Kann ich nicht auswählen, hab ich wahrscheinlich schon... Mal zurück! Wahrscheinlich nur die, die man hat, oder? Man wird doch wohl irgendwas... Wollen wir einmal ganz nach rechts, oder ist das Ende? Könnt ihr mal bitte... Nein, geh mal bitte... Oh, Lukas! Ich muss noch mal... Ich geh auch mal nach rechts kurz! Lass du noch mal zurück schnell! Ich geh auch rechts! Wolltest du noch mal schnell zurück! Ich muss die anderen Waffen noch mal sehen, Lukas! Ja, aber wir gehen gleich zurück! Wir müssen ja wieder rauskommen irgendwie! Ich zeige euch jetzt ein Beispiel! Und dann ist Ignoranz! Die... Die linken Waffen sind ganz, ganz scheiße! Und je weiter nach rechts kommt... Doch, ich hab die auch alle angeguckt! Danni... Mal gucken, ob rechts jetzt Ende ist! Es ist ja für euch scheiße, aber nicht für mich! Natürlich ist da das Ende! Verdammt! Danni, du hast ungefähr die stärkste Waffe, die hier gerade ist... Oh, ich will den Lollipop! Der ist geil! Lollipop! Lollipop! Das ist, ihr wisst, was X ist! Wissen wir nicht! Oh Leute, das könnte aber auch wegzugehen! Überraschung, Dani! Willst du ein Brokkoli haben? Ja, vielleicht! Aber ich kann mir gar nichts nehmen! Mal habe ich dafür... Auf W... Ne, A ist das dann... Auf A schieb ich! D! Auf A schieb ich! Du hast nicht genug! Warte, gehen wir mal nach links, weil da sind auch Waffen, die wir... Ja! Weil wir können uns gar nichts nehmen! Aber mit was können wir uns die leisten? Weil wir haben ja auch keinen... Ich kann ja nicht durch... Ah, jetzt... Wahrscheinlich Level oder so! Da steht doch ein Level, noch fünf Level oder so! Ja, wenn Luke sich schon was kauft... Ich konnte den Lollipop vorhin auch nehmen! Ich habe mir nur was gekauft! Ich habe den Brokkoli gerade! So DLC-Punkt... Ich hätte auch gerne mal den Brokkoli, aber ich glaube, wir kommen nie wieder zurück, weil Dani einfach nicht dahin will! Boah, natürlich kommen wir dann noch zurück! Die linken Waffen können wirklich gar nichts! Deswegen habe ich doch gesagt, die können gar nichts! Gut, wir gehen jetzt nochmal einmal ganz nach rechts! Dani, ist zufrieden? Aber die können wir uns nicht auswählen! Ich stand da gerade neben und konnten sie mir... Also, ich konnte auch am Anfang hier einen Teil nicht auswählen! Dann will ich auch den Brokkoli! Ja, den können wir ja nicht auswählen! Sondern ausprobieren! Wir können nicht, weil du in die andere Richtung läufst! Ja, weil ich die mir mal ansehen wäre vielleicht! Dann treff die Folgen voran! Juhuuu! Juhuuu! Was ist das? Das ist Magie? Magie ist gut! Das ist das Ding! Das ist ein Kristall, glaube ich ganz gut für dich! Ja, ja! Ich kann dich hier alle nicht nehmen! Ja, ja! Ja, nicht! Plus drei, aber wenn ich jetzt hier rechts gucke... Ja, die haben aber plus drei und minus eins, ne? Dann lieber den Blitz, der Blitz wäre das gar nicht! Du gehst bestimmt auch noch mal weiter, oder? Aber mit dem Blitz kann ich nicht! Hier drüben? Ich weiß nicht! Ja, das Ende! Ja, ich glaube, das ist das Ende! Okay! Vielleicht müssen wir erst alle kommen! Aber ich glaube, ich kann gar keinen, weil ich glaube, man kann erst mal Level 10 die meisten dann, ne? Ja, das ist auch mein Spektrum! Joschi, geh mal an den vorbei! Hast du irgendwo... Joschi, komm mal kurz zu... Smoke weed every day! Den ganz rechten hier! Den beiden! Da hast du eins! Und ich hab da... Welch x-drücker kriege ich den? Ja, ja, aber bei mir, wenn ich x-drücke, kriege ich den nicht! Wer hat eigentlich alles das DLC gekauft? Echt?! Wer noch? Hey! Oh, das sieht gut aus! Oh, das kriege ich! Kennt jemand einen Zusammenhang? Ja, ich hab so gefühlt, weil ich krieg... Ne, der Brückli ist aber irgendwie cooler! Leute, ich muss nochmal zurück! Ja, ich versuch grad erstmal... Dani, du hast doch jetzt auch das Ding von da hinten! Ja, das ist aber scheiße! Wir kämpfen nicht mit Magie! Dani, du hast jetzt diese Axt! Nein, ich brauch mit Stärke! Ich kann mit Magie nicht kämpfen! Oh, jetzt hab ich sie auch! Jetzt will ich auch mal schauen, ob ich die da hinten nehmen kann! Diese Axt ist das genau meiner! Eine Sekunde noch! Dani, lass uns noch einmal hintergehen, okay? Oh! Lass noch einmal meins machen! Ja, wir gehen einfach mal links wieder... Nein, ist das doch kein... Oh! Klippe, Klippe! Die hier sind jetzt nur noch die mit nichts können! Komm, Luke, komm mal mit! Ne, ich brauch die aber nicht! Ich versuch's, aber ich kann nicht eine Waffe verkaufen! Die haben auch nichts! Doch, jetzt konnte ich eine! Oh ja! Die haben doch nichts, Dani! Wir sollen aber trotzdem mal angucken! Wir waren doch grad schon mal hier vorne, deswegen! Okay! Ja, ich muss nur noch was anderes nehmen, weil Magie bringt mir nichts! Ich kämpfe nicht mit Magie! Ja, aber hier sind auch noch andere so, dazwischen! Die ganz vorne sind alle Kaka! Und ich weiß, dass du zumindest den Hammer hier vorne kannst, als plus zwei Schaden hat! Ja, den habe ich ja! Ich kann mir irgendwie nur zwei Waffen oder so auswählen! Warum das so ist, weiß ich selber nicht! Mit dem Lollipop! Weißt du den hier? Hast du den? Du bist ein Arsch, ne? Die spielt diese Wolverine Klingel! Aber ich glaub, die DLC-Sachen sind diese, wo das Zeichen drunter ist! Seht ihr das? Kannst du den nicht nehmen, Yoshi? Welcher? Da weiß ich nicht dieses Zeichen drunter! Seht ihr das bei dem Fisch zum Beispiel? Das ist für ein Zeichen drunter! Ja, aber vielleicht können wir die nur... Ach, das ist für die bestimmte Klasse wahrscheinlich, oder? Vielleicht können wir die nur nicht nehmen! Entweder bei der Klasse, oder weil wir es nicht aufgesammelt haben! Das ist nur der, der es aufgesammelt hat! Das kann natürlich auch sein! Könnt ihr das Laserschwert nehmen? Jetzt einfach so aus Frage! Nee, das konnte ich nicht nehmen! Können wir ausprobieren! Gehen wir alle zum Laserschwert! Ich kann den Schraubenschlüssel aber auch nicht nehmen! Ich kann weder den Schraubenschlüssel nehmen! Ja, Schraubenschlüssel hatte Nico ausgebitten! Das Laserschwert habe ich genommen! Und den kleinen Bandus hier? Den kann ich auch nicht nehmen! Dann nehm ich mal wieder den! Also ich würde sagen... Ich würde sagen, es ist jetzt hier zu Ende die Folge! Ja, genau! Ja, das auf jeden Fall! Ich will dieses Ding hier haben! Das hat vier Schaden drauf! Ja, ich hätte auch so gern was anderes! Warte, was kommt! Ich muss gleich nochmal gucken, was der Brokkoli konnte! Wie viele Dinge eigentlich haben! Also, danke fürs Zuschauen! Ja, danke! Und bis zum nächsten Mal! Ciao! DeN Bach mal Tschüss! the chartfi. Tschüss! Dschüss!